Ne, sind beide tot oder was? Ich glaub schon. Mach dir jetzt einen auf ich sag's dir nicht. Wee ja! Kennst du das, wenn wir Filme gucken? Das ist ein Film. Ja, das ist so ein Film. Im Spiel. Ich meine, ohnexplodierend bleibt dich. Lala. Ja, endlich dieses scheiß Ding weg, ey. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit so spielen. Ich hab's sofort ausgemacht. Scheiße. Viel Spaß. Du versteckst dich schon hinter mir, Alter. Was? An Registrierungspunkten können sie manuell speichern. Sie werden von den Feinden in der Nähe gewahrt. Da vorne. Ich weiß. Jetzt weiß mein Chef, dass ich zu spät komme. Wenn du speicherst, du bist immer noch angreifbar, gell? Damit du Bescheid weißt. Ah, also später, Lala. Ah, okay. Ach, du Scheiße. Ach, ich weiß nicht. Ach, ich weiß. oder was? Ich kann nicht mal springen. War doch hier dann. Kann ich nicht schneller kriegen? Ich hab diese Enten Tempo. Ich gehe davon aus, dass es nur in dieser Geschwindigkeit geht. Kann ich aufstehen? C tut mal C. Hier ist nichts. Da ist was. Einfach Alkohol mitnehmen. Läuft. Lass Jack Daniels trinken. Mit Alien. Auf die Toten. Gibt es nichts. Was? Wie kann ich jetzt? Ah, jetzt. Maschinenraum. Stilllegung. Nein. Nein. Okay. Einfach mal stillgelegt. Wieso nicht? Außer Federhaft. Wenn ich die Termine lese, bin ich auch angriffbar oder? Ja. Ja. Glaube ich. Ich gehe davon aus. Ach du Scheiße. Seit wir da sind, ist sie nur am Husten. Raucher, du mal. Schwester. Schwester. Flucht nochmal. Das wird helfen. Was? Tür halten zum Öffnen des Inventar. Das. Okay so, okay. Kann ich das jetzt anmachen oder was? Wieso denn? Hier vorne sichert wieder Licht. Kann ich das wieder wegmachen? Nein. Sieht nicht so aus. Hey, ich will das jetzt benutzen. Ich hasse das. Mach ich nicht. Nur aus Prinzip. Weiß kann. Sperrmodus. Sperrmodus. Das ist schwerste. Wisst ihr was? Weil so viele Koffer, hier muss auch was drin sein, Alter. Kann ich hoch. Da ist das. Ich frag mich oft da. Hat er das solistische Schritte? Ja, hab ich schon gehört. Mach ich nicht ein auf hier. Spannung machen, so. Wie das O. Wenn man da vor mir ist. Olle. Heee. Kann ich jetzt entweder da hoch oder hier runter oder was? Wow. Cool. Cool, das ist schön lang gelaufen. Da kann ich nicht weiter. Aber wenigstens ein paar Sachen gefunden. Du kannst nicht weiter. Ja, aber ein paar Sachen gefunden. Ich wollte gucken, ob ich den anderen Koffer vielleicht auch aufnehmen kann. Oder ob auf ihnen etwas liegt. Du hast ja was gefunden. Also ein bisschen schubst auszukommen. Wie geht's dir? Jetzt hab ich noch ein Leben verloren, Alter. Du hast es doch die ganze Zeit. Schade dir. Also wenigstens rauchen. Oder kiffen. Oder Shisha rauchen. Das ist einfach Musik. Hallo? Ist da wer? Wow. Ja. Da hört man dich ja ganz deutlich. Dann kann ich nichts machen. Hier auch nichts. Nope. Und doppelt Nope. Was steht da? Hey. Irgendwas mit keep out. Woodies keep out, oder? Nein, doch nicht. Keine Ahnung was da oben steht. This life for rent. Oder? Ja. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte erforscht. Welche Terminal, Alter? Sind Terminal? Smart. Oder? Aber ich habe die Karte erforscht. Oder? 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 waaat 0340 ist ein Code, ok 3 ganz ehrlich, wenn die anstatt dass ich hier lesen muss diese Synchro gemacht hätten wäre besser so wie in Byshock da sind auch immer so Kassetten die du hörst das ist halt chillig erstmal speichern ach ich kann sogar hin und her gucken da dieses Monster kommt du bist Stern, du weißt es und speicherst dabei in diesem Moment, du kannst nichts machen ja aber guck mal hinter dir da links da links 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 da ach hier ok da drüben ach so ok ach das meint ihr mit Terminals sag das doch vorher naja my boy was ist dein nächstes Ziel eigentlich was musst du machen ich geh jetzt da rein ach so du hast ja das Code ja 0340 ich hab grad geschaut wie ich das eintippen kann hast du grad über die Tastatur eingetippt ja das ist ja cool wie hast du das eingetippt ja jede Tastatur eingetippt ja ich machs eben spannend ich machs spannend einfach länger brauchen egal das ist ja nur ein 80 Liter gewesen ist doch kein Problem ja ich kann grad hier irgendwas aufheben rechts guck mal rechts Bauplan gefunden was tränke linke maustart also was denn jetzt los und was jetzt und was jetzt hat sie es bauen oder was ja ein Fortschritt Fortschritt ist doch nicht voll ah ich muss so auswählen ok jetzt hast du es bauen No way in der Stein kann ich weitere bauen ne der fällt ein Teil guck das ist rot ah ok damit die Zuschauer auch Bescheid wissen ich hab das Spiel halt ein bisschen schon angezogen gehabt aber der Abdullah spielt das komplett blind er weiß nicht was auf ihn zukommt oder doch nö ja 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 sag mal sag mal sag mal hast du nicht Ziel oder so nein ok ich hab jetzt diese Medi-Kit Medi-Kit ja oder mir jemand kommt auf den Kopf hauen da leuchtet ja es leuchtet es leuchtet es leuchtet es fackelt es fackelt es fackelt dich ab Junge es heißt doch fackelt es fackelt dich ab Junge dreh dich mal um du mal wieder da rein ich weiß nicht ob du das vorhin aktiviert hast da stand irgendwas mit Strom und sowas da drin ja ich stand das mit Strom? ganz unten guck stellen sie die Strom irgendwie ach ich muss dann hinter drücken oder was ich geh schon ich geh schon ich geh schon wow dieser Kanackene da ist was kostenlos ey ich hör was ich hab auch was gehört dich warte kann ich da unten jetzt auch da unten kannst du auch lange jetzt da unten kannst du auch lange jetzt wie sie von rechts so kommt genau da ist was ich kann rennen cool ich kann es immer noch nicht bauen guck mal die rennen hier durch und lass mich allein Knack machen die Türken auch so hast du was gegen Ausländer oder was? ja ich aus Ausländer darf was gegen Ausländer haben ja verstehe ich ich mach es ja auch nicht gleich mal rein gleich mal rein wow du Kartoffel alter gleich haue ich dich Endgegner Stromkram ja du hast Inventar voll lass mich verarschen toll wo ist mein Inventar überhaupt ich kann ja nur diese zwei Sachen auswählen drück mal nochmal Tab-Taste sonst ist es auch nicht sonst ist es auch nicht